Der erste Bach, 20 Minuten später, ist eine Verspätung für die Winterfahrt. Tja, das ist so scheiße. Da kommt man sich hier vor, wie ist das mit dem Spiel mir das Lied vom Tod? Oder? So ist das doch hier. Der Oberstehenschirm. So, also gut. Der letzte Zug aus Darmstadt, das war der letzte auch noch. Der hat eine Stunde Verspätung gehabt. Und den Vorhergehen, da hatte ich auch noch ein bisschen verpasst. Also, da sitzt man zwei Stunden am Bahnhof rum. Nee, nix und wieder nix. Wir waren ja gestern unterwegs. Und ich wollte ja eigentlich das mal testen mit diesem Bus und Fahrrad. Jetzt haben wir erst schon mal Verspätung. Der entscheidende Bus fährt vielleicht jetzt. Aber ob der dann Fahrräder mitnimmt? Und wie? Das weiß ich auch nicht. Und wir fahren mit durch. Das war halt der Fußstück. Und wir fahren mit durch. Und hier ist der Fernkohle. Der Fernkohle steht und nicht. Jetzt haben wir hier gefahren. Das ist ja das andere Fahrrad. Das ist interessant. Wer fährt jetzt zum Bahnhof? Hetzbach. Ne, Hetzbach. Verwechseln Sie mal. Hetzbach ist im Bahnhof geworden. Und Hetzbach ist an Tobi Ockel. Also wir sind jetzt im Bahnhof. Und da fährt ja die Bahn her. Wenn man mit der Bahn fahren kann. Aber das Besondere ist jetzt, dass der weiter fährt. Bis nach der Fende. Und der Fende ist schon, das ist schon nach aller Kaliber da aufzufahren. Ohne Pedelec. Ohne E-Bike. Wo ist das, mit dem Bus natürlich schon? und da fährt jetzt. Und das ist ja hier unten irgendwo dorthin und da runterkommen. Die Spont. Und jetzt geht's den Berghof. Das ist für einen ungeübten Fahrradfahrer mit einem Normalia. Das ist ja nicht gut. Das ist für einen ungeübten Fahrradfahrer mit einem Normalen. Das ist das nicht gut. Als nächstes geht das nicht gut. Das ist das nicht gut. Der Berghof. Das ist für einen ungeübten Fahrradfahrer mit einem Normali. Das ist schön hier, da waren wir ans Wandern, in Olfen, da gab es damals noch Freizeit vom Kreis aus, Jugendfreizeit mit politischer Bildung. Der Ausbilder, der hier kam, das war doch der Natra, der Späte. Wir schreien hier mit, die Zeit aber so, jetzt mal rüben, jetzt haben wir den Stiel, ist ja fantastisch. So, jetzt muss ich da langsam fertig machen, weil hier so ein perfektes Bahnhof heißt das Ding, aber auch weiß ich nicht. Das ist Bahnhof wahrscheinlich. Aber du fährst noch ein Stück weiter. Da kommt nämlich noch die 12 Röhrebrunnen, da fährst du schon auf der Bahnhof. Also das habe ich mir nicht mehr geschafft, da können wir noch massen auf die Fahrräder drücken. So, und jetzt? So, jetzt gehen wir nochmal da noch zum Pferdemarkt. Aber eigentlich wollte ich ja nochmal sehen, ob man mit dem Fahrrad herkommt. Genische Spezialität. So, wie komme ich jetzt auf die andere Seite, wo die Pferde sind? Hallo! Hallo! Ist doch gut, oder? Ja, ja, ja. Und da gehen wir nochmal nach unten. Zu den Pferden. Die gehen da nochmal. Hüte, hüte. Sonderpreis. Das war ein Preistück, der hier, der so frei ist, so kalt ist. Der da, ist doch nicht gut, der ist doch gut. Panama aus China. Ist doch gut. Jetzt wird den entschieden, Panama aus China. Jetzt gucke ich mal in den Spiegel. Der Panama aus China. Und der passt mir. Alles klar? Gut. Das ist ein Stand für Prostata-Massage, ne? Okay. Das wird mich jetzt ablehnen. Das hier. Okay, also gut. Weiß was. Jetzt gehen wir erstmal dort hin. Reiter-Party. Und dann diese Dinger da. Ich gehe jetzt erstmal Kaffee trinken und dann gucken wir weiter. Alles okay? Alles okay? Erst einen Kaffee dann. Hier ist eine Bier, oder? Das wird dann. Der Spiegel ist da jetzt praktisch. Und scheinbar hin, die Pferde. Das war die selbe Städte. Und das sollte man sich in der Zeit. Das war der Städte. Der Städte. Der Städte. Das war der Städte. Hier steht anscheinend die Messvorrichtung. Kautessa und Nicolette ein bisschen mit ein. Pause, Umbau. Großer Preis der Stadt Perfell. Jetzt sind wir im Stechen. Und noch drei Pferde. Und natürlich gibt es ein Alkohol vor allem. Eben. Das Hinten ist vorbereitet. Jetzt noch mal einen Kurzraum. Es geht los mit Hinten ist Nummer 3. 4a haben wir rausgeräumt. Es geht über 4b. Dann rechts auf die 5. Wie wohl noch gesehen. Das ist die Nummer 3. Gleich ist dieser Türke. Ein Badürkling. Das wird losgeräumt. Neuer Bild. Das ist lastig. Nimm auf die 5. Es wird losgeräumt. Das ist losgeräumt. Für Einer. Für Einer. Die Platzierte hier schon. Die steht jetzt und wartet, bis das Steche jetzt kommt. Das dauert aber anscheinend. Sie hat alles hinter sich. Sie ist zufrieden. Also, besten Dank. Für ihn warten sie. Das ist noch eine Vorbereitung. Dann können wir vielleicht noch Gewinner, sollte ich sagen. Das dauert. Noch da rein und dann gibt es wieder Heidats. Das dauert ein. Die Riesenkampagne, oder? Musik Herzlichen Glückwunsch! Applaus Erste und dritte Linderpreise gegeben vom Bürgermeister Christian Kiel Applaus Applaus Und der sechste Platz, der geht an den Vorjahr Sieger dieser Prüfung von Martin Offenheim Vincent Bernd Herbert So, das war's Müsste ich doch jetzt nochmal herfahren Müsste ich was Glocke Und Ach Mann Was es hier alles gibt Jetzt aber Heimwärts Oh Mein Liefer So, jetzt fahren wir auch Hinterher Und wie soll ich das machen? Das war jetzt schon mal Ich probier mal was So So Das ist sie Die Mühlingführer Eins, zwei, drei Vier, fünf Sechs, sieben Acht, neun Zehn, elf, zwölf Das war's Auf geht's Den Berg hinunter Den Berg hinunter Müsste 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 Tja Tja Jetzt bin ich gespannt wie's wirklich geht jetzt Mit den Wegen Hier raffiniert rodenberg 13 hier schon 23 20 Erbach 11 Hetzbach 3 das ist ja gut der geht jetzt hier runter würde ich ja gerne filmen oder wie soll ich das machen also ich glaube die Vibrations sind viel zu stark hat keinen Sinn das macht keinen Sinn entweder du hältst es oder du lässt es nur schade halten kann ich es nicht geht also nicht so geht es nicht es ist ja nur Vibration man könnte es dir vorstellen ich denke schon geht es doch da oder war das Radio so schlecht oder scheint nicht dichtes Schelf hier ich dachte schon was ist denn da los jetzt schon von oben filmen müssen und dort oben geht die Straße vorbei und hier unten ist die Mümlinge das ist gut wenn wir da jetzt rauskommen verlaufen drüber Jigs Jigs die Hetzbach schau an, schau an so und da sind wir jetzt gleich im Zentrum von Hetzbach so da ist ja Hetzbach Mümling Etzean und da kommen wir hier von Berfelden Galgen Berfelden so hierher ach da bin ich jetzt Pfeiferskind so dann fahre ich die Mümlinge dann komme ich zum Viadukt und dann fahre ich noch etwas bauen da ist der Marbach Stausee aha na das war es gut Kräberg ach da geht es zum Kräberg weiter aha siehst du mal Hetzbach Mitlock die Uhr steht immer vor 12 genau so muss es sein 5 vor 12 in dem Fall noch 25 vor 12 und das hier sieht aus wie keine Ahnung in Berlin gibt es eine Kneipe oder Restaurante wie heißt das Paris Moskau Achtung oder was hast du vor da ist wohl einer der bearbeitet die hier interessant joo pf dass man so weit weg kommt hätte ich nicht gedacht da ist das Viadukt da ist das Viadukt ist es da überhaupt da ist es so siehst du es da sehe ich da sehe ich das siehst du gut so wie sie dass es da hingeht aber da will ich nicht hin das war falsch ab zweig falsch quatsch soll nochmal aufnehmen getroffen der erzählt mir was von seinem Haus und er gehört natürlich auch zum Sägewerk das hat man sich jetzt rausgestellt aber hier da das ist eine besondere wie nützlich das Balkung oder Keilung oder wie haben sie gesagt Zinkkeilung Keilung und das ist ein Polshaus ja das Dach ist 30 oder 40 Jahre alt das sind Tonziegel ja eine Spezialität ja 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 ich glaube das ist alles das recycelt achso ja genau ja klar und dieses Haus braucht eigentlich keine Energie ist fantastisch also würdest ich alles erzählen wenn das alles stimmt was ich mir erzähle ist ja fantastisch Sie können gucken wie viel Quadratmeter hat es dann 100 sehr schön ja wir sind zu zweit und ein Hund ja wunderbar also meine Frau und ich ja und wir heizen mit Holz und das haben wir sie vom Sägewerk nee nee das wird das kommt aus China achso ja wahrscheinlich oder Korea oder was weiß ich mit dem Flugzeug kommt das an da achso 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 ja gell da schauts wir wohnen doch im Wald gell ja ja da schauts hin ne ich war ja beinahe ich war ja ganz beinahe in der Bad Sütter ja also ich war im Wald ja sehr schön ich behauptet unter 2 Raummeter Holzheizung im Winter und es ist warm weil die Wände 35 bis 36 cm dick sind und naja gut 36 cm ist ja schon Wahnsinn jetzt kommt der Preis aus aus machen aus machen ich dachte ich ich dachte wir machen Werbung ich dachte wir machen Werbung machen sie mal ein bisschen Viadukt im Bau nicht schlecht und da ist er 1861 oder was lese ich da man weiß es nicht so gut 1881 höchste Eisenbahnbrücke Hessens 43 Meter hoch 52 Meter weite Tal da war noch was los im Odenwald oder wie Krebergtunnel ohne geht der Fahrradweg jetzt weiter mein Herr so einfach wie es gewesen aber es war ein guter Ausflug ich hab mich da eigentlich gut nette Menschen kennengelernt ich schau nochmal an wie die alte Wasserkraft haben wir hier Kleinwasserkraft ein Blas für das Sägewerk Lauerbach ne das ist die Mühmling aber Lauerbach das ist die Mühmlinge ach da kommt noch ein Bach rein das war die Physiklehrer der Lauerbach-Check jetzt bin ich wieder da wo ich gestartet war in Herrbach und jetzt wir fahren nach Mühlstadt ins Public Viewing oder Wann fängt das an keine Ahnung Erbach zum Kirsch das wollte ich das nochmal fotografieren für mich Nachbarlokal die Kirsch und das Schloss das Erbacher Schloss das Erbacher Brauhaus das Erbacher Brauhaus hat ja wieder geöffnet ich dachte hätte ich gesehen dass man immer denkt naja auf da bleibe ich jetzt erst mal sitze das her wieder geschafft Mittelstadt endlich jetzt gibt es erst mal ein Bier und dann gucken wir wans Fußball gibt jetzt müssen wir mal Bier holen oder mal Bier trinken nicht holen. Die machen überhaupt keinen Fernseholt. Tja, da müssen wir weiterziehen. Also da muss ich noch eine Stunde warten. Um 21 Uhr. Ich habe gedacht, es geht vielleicht um 18 Uhr. Okay, dann fahre ich halt so weit ich komme und gucke dort, wo ich ankomme. Ups, bis Bad König wird es gehen. Okay, jetzt steige ich in Bad König in den Zug und fahre. Irgendwie habe ich die Welt anders in Erinnerung. Ich habe keine Ahnung. Früher war da überall Hochbetrieb. Was ist das jetzt? Wer schießt da jetzt wieder später? Abfahrt 2019 auf Gleis 2. Was ist da drüben? Das darf doch nicht wahr sein, oder? Das ist fantastisch, ey. Ich meine, das steht zum Glück am Gleis 2. Das stimmt schon. Schreiben sie es auch hin. Und dann machen sie die Schranke zurück über die Welt. Ich höre sie es nicht mehr. Ich weiß es einfach nicht mehr. Servus, sagt sie. Auf geht's aber. Jetzt geht es nur noch. Der Gable. Der ist aber gut gepackt, oder? Mein lieber Freund hier. Ist noch nicht so weit. Die Vorschau. Du bist gut. Ich habe es nicht mehr. Die Vorschau. Das ist doch nicht mehr. Das kann ich nicht mehr. Ich habe hier. Und aus geht's. Ich gehe wieder. Ich habe wieder. Wie sieht's nicht mehr. So. Ich tip 2. 1. Für Spargel. Ich sehe etwas, was geht. Untertitelung des ZDF, 2020